Ganz herzlich willkommen zum X-Tipp Spieltagstipp mit Theo Ganintis und wir beide tippen den elften Spieltag der Oberliga Hamburg. Wir fangen an mit der Partie Barmbeek Uhlenhorst gegen FC Süderelbe. Ich denke das Spiel geht 1-1 aus, weil Süderelbe eine spielstarke Mannschaft hat. Auch wenn die 6-0 gegen uns verloren haben, denke ich, die können da was holen gegen die BU. Nächstes Spiel Tuss Osdorff gegen SC Viktoria? 0-3 für SC Viktoria, weil die auch eine ziemlich starke Mannschaft haben. Auch wie gesagt, wenn die 6-2 gegen uns verloren haben. Theo, gegen euch verlieren sie alle so hoch. Ihr seid kein Maßstab momentan. Doch klar, also jeder hat eine Chance gegen uns. Es lief halt ziemlich gut die ersten Spiele und so kann es weitergehen. Nächste Partie Tuss Dassendorf gegen Niendorf? Denke ich 3-0 für Tuss Dassendorf, weil ich denke, dass Dassendorf eine gute Mannschaft ist, auch gut gestartet ist. Und deswegen denke ich, ein souveränes 3-0 für Dassendorf. Nächstes Spiel, da empfängt Halstenbeck-Rellingen, Klub Kosova. 1-3 für Klub Kosova, weil ich glaube, Kosova hat eine überraschend starke Mannschaft. Ich glaube, die haben gute Ergebnisse geholt und ich denke, die können da einen Sieg holen in Halstenbeck-Rellingen. Nächster Auswärtssieg. Dann machen wir weiter mit Buchholz 08 gegen Rugenbergen. Was tippst du da? 2-2. Bisher habe ich ja nur gegen Rugenbergen gespielt. Buchholz, die Mannschaft kenne ich nicht, aber ich denke, das geht von den Ergebnissen her 2-2. Das ist immer ein sicherer Tipp da, wenn man eine Mannschaft nicht kennt und entschieden. Richtig. Nächste Partie Altona 93 gegen Kurslack Neuengamme. Ja, gegen Altona haben wir ja letzte Woche gespielt, 3-2 gewonnen. Aber ich denke, es ist eine gute Mannschaft, deswegen gewinnen die 3-0 gegen Neuengamme. Nächstes Spiel, Buxtehude gegen VfL Pinneberg. Was sagst du da? Ich glaube, Buxtehude mit dem ersten Sieg letzte Woche und ich glaube, die können da auch weiter ausbauen. 2-0 für Buxtehude. Kein Punkt für Pinneberg? Ne, ich glaube nicht. Vorletzter Partie, FC Türke gegen SC Condor. Was tippst du in dem Spiel? Ich tippe ein 1-3 für Condor. Das ist eine starke Mannschaft, haben ja gegen die gespielt. Ich denke, dass sie gewinnen. Und last but not least, ihr spielt ja auch am Sonntag gegen Wedel. Was sagst du in dem Spiel? Ja, ich denke, wir gewinnen 0-3 in Wedel. Wir haben letzte Woche 3-2 gegen Altona gewonnen. Also diese Woche sollte es wieder. Ihr habt einen Lauf. Wer macht denn die Tore bei euch? Wir haben viele Torschützen vorne. Also Maurizio Durso, Bambua, Benjamin Bambua, Barsi, Scharifi. Jeder von den einen Toren? Ne, ich glaube 8-7-7, glaube ich. Also wir haben eine starke Offensive. Und nicht nur die haben Tore gemacht. Also unser ganzer Kader hat, glaube ich, ein Tor gemacht. Dann wäre es der nächste Sieg für Concordia. Dankeschön.